so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns die beiden neuen geburtstagshelden anschauen und gehen auch darauf das ein was wir an der seite so blinken sehen und auch meine begründung warum ich hier tatsächlich nicht beschwören werde auch wenn ich juwelen hätte es zu tun aber da kommen wir gleich zu also gucken wir uns erst mal das an was hier auf der linken seite ist ich habe jetzt einfach mal ausgewählt was für mich interessant wäre wir haben hier wieviel sind 28 12 16 20 helden alles relativ aktuelle helden oder meter helden also ne tun sowieso desmond der neueste grüne super elementar medea relativ frisch bei unerzählte geschichten schalen konstrukt hält der sehr starkes relius nicht neu aber stark bei den eulen hornfell war jetzt zuletzt bei ähm beim covenant ähm genauso wie wie nautica dunkelfeder ja will jeder haben weil charlie will jetzt auch jeder haben seitdem das mit der reisefamilie ähm nachdem die da die skorpion lady gekriegt haben und so ne äh nogu bei den champions neu pfefferflamme bei den goblins ja will auch jeder haben quinn super heiler luna extrem nervig immer noch gut top held bei ähm in opernhelden mioni immer noch eine super sache als tank ja geht auch immer klar gestalt auch super teamius top bei den eulen und shackle bolt auch relativ neu bei covenant so das heißt wir haben hier 20 helden die eigentlich alle super sind die man alle sofort leveln könnte und äh viel ja ich habe jetzt einfach mal aus spaß die drei ausgewählt die mich am meisten interessieren würden auch wenn man nicht dazu sagen muss dass ähm schal interessant wäre relius wäre interessant ähm gestalt shackle bolt pfefferflamme und so weiter ja aber jetzt kommen wir schon mal zu dem äh einen punkt ähm warum ich nicht äh beschwören werde hier weil drei tuns so bei den tuns will ich sowieso beschwören das wird in naher zukunft eins meiner fokus portale werden super elementar so gut finde ich ihn jetzt nicht unerzählte geschichten medea und äh gestalt in dem fall auch noch immer interessant was neue helden angeht also auch ein potenzielles portal für die zukunft zum beschwören covenant sowieso hornfell schal ähm ähm äh de 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 shackle bolt genau und nautica ähm kommen vielleicht beim werden beim covenant nochmal vorgestellt sein und dann kann man da sich das nochmal überlegen covenant auch ein sehr gutes portal wo ich halt auch immer mal wieder überlege dann zu beschwören eulen top aktueller turm ja kann man auch beschwören also es sind es was mir halt hier hier haben können wir zwar einen kleinen fokus legen ja auf der linken seite aber es ist halt nicht so der fokus den ich gerne möchte dunkelfeder pfefferflamme sind zwei der goblins die mir noch fehlen und die ich gerne hätte aber dafür kann ich im goblin bei den goblin portal beschwören weil wenn ich jetzt hier ähm die auswähle und sage jetzt okay ich nehme dunkelfeder da mit rein als beispiel mache dunkelfeder und ähm pfefferflamme so dann kann es ja sein dass ich teamius kriege ich meine wäre jetzt nicht schlecht ja aber es ist halt trotzdem so dass ich dann ähm hier irgendwie beschwöre und es nicht kontrollieren kann auch wenn ich bei anderen portalen das auch nicht kontrollieren kann heißt ja nicht wenn ich jetzt bei bei den eulen beschwöre dass ich teamius kriege oder sowas ne aber ich denke du weißt was ich meine das ist halt ähm das ist eine super sache das sind alles starke helden aber da fehlt mir der der fokus wenn ich jetzt natürlich sagen würde dunkelfeder pfefferflamme so bumm zwei goblins wird schon hinhauen oder konstrukt ist mein mein schwerpunkt dann nehme ich schal hornfell nautica hier und dann habe ich drei konstrukt helden die da drin sind ja das würde gehen kriegt man die dann also kommen die ploppen die auf keine ahnung ist auch relativ teuer in dem fall fall das portal ja mit 3400 ich meine problem sind glaube ich genauso teuer wenn ich mich jetzt nicht täusche ähm ja aber das sind halt so werden halt so verzweiflung sachen weil das ist nämlich der punkt dabei dieses portal ist ja im endeffekt so konstruiert dass du dir halt drei aussuchen kannst damit du ja viel beschwörst du kannst dir drei super helden aussuchen plus zwei neue die du da kriegen kannst ich habe beschwörungen gesehen ein bild bei facebook wenn das gerne wenn das interessiert der kann mir gerne schreiben da hat einer zehn fünfer gekriegt in der 30er beschwörung zweimal meine ich ihn hier einmal ihn und dann halt so zweimal odin keine ahnung was dann noch so dabei war ich glaube xnolfo war auch dabei ich bin mir jetzt aber nicht sicher das ist natürlich mega krass ja aber ich habe halt auch cyranos beschwörungen zum beispiel gesehen ja alle reden immer von karen mit ihren beschwörungen die hat jetzt 840 gemacht cyrano hat 810 gemacht und bei cyrano oder so der hat auch 65 oder 6 30er gab wo er gar kein fünfer gekriegt hat aber dann hat er glaube ich eine 30er gemacht wo er drei die vier vier fünfer und viermal dem monats helden gekriegt hat so ne aber die gehen halt auch mit über 300.000 juwelen rein ja also das nur mal so deswegen mir fehlt dennoch immerhin noch der der fokus und dann kommen wir zur rechten seite das hier gehen wir jetzt gleich darauf ein sind beides neue gargoyles ja ob man es glaubt oder nicht aber sind gargoyles das heißt früher oder später wird der gargoyle das gargoyle event auch wieder auf aufleben und dann beschwöre ich da halt wenn ich sage ja ich würde gern gargoyles haben ja ich hätte zum beispiel gerne hohen werf tatsächlich auch der macht zwar der macht nur auf einen mindless attack aber ich finde den irgendwie ganz cool oder goseck für rush wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt das heißt wenn das gargoyle event kommt dann ist das gargoyle event auch für mich interessant und dann sind die beiden da und die beiden werden womöglich vorgestellt sein wenn nicht sogar dass da dann noch ein zwei neue gargoyles sind und das heißt dieses portal ist für mich aus meiner perspektive einfach nur um leute da ans beschwören zu kriegen ich meine du kriegst hier die kostüme mit und sowas alles das ist alles alles prinzipiell super ja dass du hier halt auch noch die hellen quartier fehlt mir sogar hier habe ich noch nicht mal weil keine ninjas mehr kommen du kriegst die kostüme mit das ist eine super sache obwohl auch nicht bei allen hier ist jetzt kein kostüm dabei bei ihm ist das kostüm wieder dabei auch sehr merkwürdig also bei bei grams ist auch nicht das kostüm dabei also anscheinend gilt das mit dem kostüm auch nur für ein paar akwe war ja da gerade mit kostümen und so gut gilt halt wohl nur für ein paar ähm aber ne merks was ich meine wenn ich gargoyles haben möchte warte ich auf den gargoyleturm wenn ich tuns haben möchte warte ich bis die tunbeschwörung also bis die die kostümkammer die maskerade da ist wenn ich äh die konstrukthelden haben will warte ich bis covenant ist das ist mein fokus ich beschwöre nicht wischiwaschi hier in so einem riesenportal wo ähm ich dann theoretisch ein krampus kostüm und eine tellurier kriegen kann nee nee den brauche ich nicht ich will wenn ich beschwöre wenn ich gargoyles beschwöre will ich gargoyles haben und keine keinen alten monatshelden wie gradmacher ne das ist halt mein fokus der hier nicht funktioniert der hier nicht greift zudem ähm halt mega krasse masche die leute hier zu zu catchen ja dass sie beschwören sollen ähm ich hab's ich hab's im turniervideo anklingen lassen ähm turnier lief nicht so gut und da habe ich auch schon gesagt ich bin im moment nicht motiviert bei empires ähm zu beschwören oder auch so generell diese fünf sterne turniere und sowas äh kriege stressen mich im moment so schon genug was ähm was diese krassen helden angeht und sowas und wenn du dann im turnier bist und dann deine dev auf e siehst und dann äh es nicht so richtig rund läuft dann verlierst du halt so die lust und ich werde nicht in einer phase wo ich keine lust habe so dann in so einem portal wild um mich rum beschwören wo ich nicht einen bestimmten fokus habe ganz einfach ja und äh das ist halt so mein mein hauptpunkt hier sieht man auch ich hab hier ist hier ist auch nichts passiert ja 30 so das heißt ähm ich werde das hier umgehen die angebote die hier bei rum kommen die sind nicht schlecht also 500 juwelen für drei euro da werde ich mir immer mal wieder hier was holen in den ganzen tagen das geht ja wie lange geht das eine woche lang ne ja jetzt noch fünf tage äh da werde ich immer mal so ein paar günstig juwelen abstauben aber das war's werde die nicht hier nutzen in diesem portal und das habe ich auch tatsächlich schon relativ früh gesagt und auch dann nicht mehr irgendwie in betracht gezogen das geburtstagsportal wann habe ich zuletzt über dieses portal geredet ich wusste dass es kommt aber es hat mich halt null interessiert ich hab gedacht ja ich guck's mir mal an vielleicht machst du eine 10er aber nö warum so und jetzt gucken wir uns einfach die beiden neuen helden an jetzt habe ich glaube ich gut ähm lang genug darüber geredet warum ich hier nicht beschwören werde ja aber fairerweise muss man sagen das hier die helden die hier zur auswahl stehen sind alle top ja also das ähm das ist schon mal eine starke auswahl die man hier machen kann hm jetzt gucken wir uns einfach mal die beiden hier an also unabhängig davon dass die jetzt nicht so aussehen wie die Gargoyles die wir kennen ja finde ich sieht das irgendwie so aus ähm als hätte sich Shrek mit dem Teletubby gepaart irgendwie so ne also es ist total weiß ich nicht es sieht nicht aus wie Gargoyle den wir jetzt so äh bisher in dem Spiel kennengelernt haben mit Steinhaut und allem drum und dran ist halt irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht aber gut er freut sich er feiert er ist er ist gut drauf das ist alles und er hat einen coolen Namen ja also er steht im Garten und oder er ist der Garten ich habe keine Ahnung was auch immer so warte ich trinke erstmal irgendwas das ist aber die Gargoyle Familie Immun gegen Giftschaden das kennen wir schon ne ähm bei einem gegen Giftschaden ähm bei zwei Immun gegen Gift und Brandschaden und bei drei Immun gegen Gift Brand und Wasser das heißt die Gargoyles sind interessant zum Beispiel gegen die Skorpion Lady also am Rande also wer viel gegen die Skorpion Lady spielt oder gegen Aradia oder was auch immer und kann da jetzt ein zwei Gargoyle stellen kann man vielleicht drüber nachdenken bevor man in den Kampf geht so und die haben jetzt keine Steinhaut sondern die haben Weichhaut also das wird auch so ein Ding sein da werde ich nicht dran denken für mich haben Gargoyles Steinhaut ich werde höchstwahrscheinlich nicht an Weichhaut denken wahrscheinlich weil die so plüschig sind oder so ich hab keine Ahnung immer wenn dieser Gargoyle eine Spezialfähigkeit wirkt wird seine Weichhaut aktiviert Weichhaut verhindert vier Mana Verringerungen für diesen Gargoyle dieser Effekt kann nicht entfernt werden Mana Verringerungen das wird mir jetzt spontan Luna einfallen so das heißt verhindert vier Mana Verringerungen also er ist einmal an also er feuert einmal und hat dann die Weichhaut aktiviert und wenn Luna drauf feuert dann wird kein Mana verringert aber der Zähler müsste dann auf 3 gehen trifft Luna nochmal, geht auf 2 nochmal auf 1, nochmal ist 0 löst Garten wieder aus sollte die Mana Verringerung die Weichhaut wieder da sein sollte sich wieder resetten wenn sie vorher auf 1 war springt sie wieder auf 4 wenn sie auf 0 war kommt halt logischerweise auch 4 das ist eine ganz nette Sache gilt natürlich auch für alle anderen Mana Verringerungen würde ich mir auch vorstellen gilt auch für Minions von Waterpipe zum Beispiel könnte also auch interessant sein wenn man gegen einen Waterpipe im Rush spielt dass man halt zumindest was Garten angeht ein bisschen kontern kann so oder nicht kontern kann man kann da ein bisschen die Brisanz rausnehmen zu diesen Helden so Alpha Fähigkeit Schadensreduzierung ok, kennen wir schon ist alles nichts Neues die Werte sieht eher nach so ein bisschen am defensiveren Held aus defensiven höher als Angriff gucken wir mal was da so weiter geht er ist erstmal noch ein Zauberer das wollen wir jetzt nicht unterschlagen und ist grün der Garten ist grün das passt ja so die Knochen Knüppel Party ok, das hört sich ja nicht wie ein fröhliches Fest an sondern eher wie so ein Haurucki Gelager aber von mir aus ist Mittel ok verringert das maximale Leben aller Gegner um 700 der Effekt wirkt stärker gegen Ziele mit verstärktem Leben wird einer meiner bösesten Gegner sein weil ich schon bei Schlauzunge extrem Probleme habe aber nicht wegen der Verringerung des maximalen Leben sondern weil Schlauzunge noch den Angriff runtersetzt durch das Verwelten ja das heißt das hier ist nervig um 700 runtersetzen das ist viel bei verstärktem Leben wirkt es natürlich dann noch einen Tacken mehr ja wird zusätzlich um 700 noch verringert ist aber für mich kein kein Game Changer weil das kannst du wieder hochheilen durch ganz viele verschiedene Leute die Überheilung machen das geht schon wenn natürlich Garten auslöst zieht dir das Leben runter um 700 und dann kommt einer wie Schwefel oder sowas mit vollem Kern dann kannst du schon tot sein das in bestimmter Kombination ist das sehr sehr unangenehm auf jeden Fall also das ist nicht schlecht das mit den 700 so alle Helden führen vier Züge lang Gegenangriffe mit 115% des erlittenen Schadens aus und erhalten 50% des Gegenangriffsschadens als zusätzliches Leben das ist interessant also er macht Gegenangriffe die ähm dann im Endeffekt bei ihm das Leben hochpushen also bei ihm und bei ach bei allen bei allen ja ok bei allen das ist natürlich ähm eine schicke Sache kannst du aber ganz einfach theoretisch mit einem Boni Entferner kontern hm Boni Entferner ähm Season 1 Helden die ähm die Jinx Fähigkeit haben das verhexen ja wie Majana wie Lee zum Beispiel wie Kirill hm mit der mit äh vollen Emblem das kannst du dann auch da in dem Fall so dispellen kann man sich jetzt nicht zu 100% drauf verlassen ohne die Entferner nimmt das einfach komplett weg sodass du dann im Endeffekt nur die 700 Lebensreduzierung hättest alle Verbündeten sind für vier Züge immun gegen neue negative Statusänderungen die sich auf die Heilung auswirken gut könnte man auch einfach dispellen würde man mit dem Gegenschlag direkt weg machen also Punkt 2 und 3 wären mit einmal Boni entfernen dann sind sie weg äh entfernt die Heilung betreffender Statusänderungen von allen Verbündeten alle Verbündeten sind für vier Züge immun gegen neue negative Statusänderungen die sich auf die Heilung auswirken also was wer macht das ähm ich glaube es macht Penolite Serandite das ist auch was Jove ne Jove macht meine ich auch sowas das ist glaube ich dieser dieser Blitz da meine ich Perseus aber ohne Kostüm müsste das auch machen und wahrscheinlich noch ein paar andere die ich jetzt nicht am Schirm habe ja gut ja was halten wir jetzt von dem die ist halt ähm ein solider Supporter ist ja mit dem mit dem Verringerung des Lebens und sowas das ist ganz ganz nett mit dem Gegenschlag ja den letzten Punkt finde ich gar nicht mehr so geil wenn ich ehrlich bin mhm also es ist im Endeffekt Lebensreduzierung und Gegenschlag ist ja jetzt nichts besonderes so in dem Fall finde ich tatsächlich Schlauzunge deutlich unangenehmer weil du halt dein dein Angriff geht da drunter lass Schlauzunge zweimal auslösen und du machst eigentlich gefühlt gar keinen Schaden mehr auch mit deiner starken Farbe nicht mehr hier hast du zwar dann sehr viel weniger Leben aber warte mal wie viel macht denn Schlauzunge hier sind es jetzt 700 wie viel macht denn die gute Frau Frau Schlauzunge auch 700 jo da würde ich tatsächlich sagen finde ich Schlauzunge unangenehmer als Garten ganz ehrlich weil der Gegenschlag ja das ist ähm das ist doof aber nimmst du einen Bonientferner mit nimmst du einen Ray mit zum Beispiel und ähm der der macht dir das alles ganz schnell weg das stört keinen mehr also ist wahrscheinlich ein solider Held ist aber keiner den man jetzt hinterher jagen muss bin ich ehrlich also selbst wenn das Gargoyle Event irgendwann kommt bin ich nicht unbedingt scharf drauf Garten zu kriegen haut mich nicht um ist womöglich nervig aber ähm liest sich für mich jetzt absolut nicht so so genial die Gefahr ist wirklich dass wenn er halt zweimal auslöst dass du halt kaum noch Leben hast ja aber wenn jetzt Leute kommen und sagen ja was hat der denn da für eine Paranoia gegen dieses Leben reduzieren und was auch immer äh da noch nicht mal gegen ja bei mein mein ärgster Feind ist halt Schlauzunge und dann halt wegen dem Verwelten also das geht nicht um das Leben reduzieren das ist nervig ja aber das Verwelten fangt mich immer unnormal ab und macht mir den Kampf zunichte deswegen ähm ist es hier gar nicht mal sooo schlimm es ist schon ärgerlich wenn es passiert der Gegenschlag ist auch ärgerlich das wird höchstwahrscheinlich mehr wird er mehr in der Offensive zur Geltung kommen wenn du halt sagst okay Gegenschlag da kommen jetzt 2-3 Leute die da rein pfeffern dann machst du ihn an und dann ballert das ordentlich und dann kriegst du da in dem Fall äh die Heilung ja aber wie gesagt der haut mich nicht so um auch ein Grund warum ich sage muss ich nicht beschweren ja er hier der kleine der kleine Popit ja der kleine Popit der ist ein bisschen interessanter tatsächlich hat erstmal Angriff verstärkt das ist gut hoffen wir dass er jetzt auch ähm offensives Special macht passiv ist gleich ah ne aber warte mal er hat drei Mana Verringerung er hat vier er liegt wahrscheinlich daran er ist mittel und er ist schnell ne ja naja deswegen 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 sind die Werte hier da ist das ein Einzug weniger wahrscheinlich weil er halt einfach schneller wieder an ist wenn jetzt wenn sie das gleiche mit einem langsam machen dann hat er wahrscheinlich fünf Mana Verringerung hier wieder stehen weil das dauert dann länger bis er wieder an wäre wenn er jetzt ein sehr schneller kommt der hat vielleicht dann da zwei stehen vielleicht äh wechseln sie auch und machen die Steinhaut komplett weg dann wäre jetzt zum Beispiel ein Elduke der sehr schnell ist würde dann zum Beispiel zwei Mana Verringerung ja wenn das so wäre wenn die alle Weichhaut kriegen würden ich denke aber das bleibt bei Weichhaut und Steinhaut ähm ja aber ich denke das er hängt mit der Mana Geschwindigkeit zusammen so der ist mehr offensiv geprägt als defensiv das heißt er macht hoffentlich was offensives ein One-Hit-Wonder schnelles Mana so das Ziel und Gegner in der Nähe erhalten minus 30 Prozent Verteidigung für drei Züge ok das ist schon mal gut wenn der Effekt vor Ablauf der Dauer entfernt wird erleidet das Ziel mit dem Effekt 871 Schaden ja welcome to Equalizer ja also wir haben einen neuen Equalizer Hilden sehr schön ähm da muss ich tatsächlich sagen wenn ich mir so einen vorstelle mit Steinhaut ähm wäre die Steinhaut deutlich unangenehmer an ihm als so diese Weichhaut weil die Steinhaut droppt halt auf 1 ne das ist halt nicht so geil da kannst du auch mal ein dickes fettes Special verballern nur weil die Steinhaut da ist hier juckt dann halt nicht wenn die Weichhaut da ist dann machst du das dicke Special und dann ist der da hat er seinen Schaden gekriegt ne ok also minus 30% Verteidigung für 3 Züge wenn es entfernt wird kennen wir von Pepperflame also Pfefferflamme ähm wir kennen solche Effekte von Erlang Shen von Starwalker von Tremor ja alles entweder und Erlang Shen entweder mit Angriff mit Defensive runter oder mit Heilung ähm kennen wir schon also nervig im Equalizer fügt dem Ziel und nahen Gegnern 390% Schaden zu so das ist das ist viel bei 1406 Angriff aber die Reihenfolge ist hier wichtig das heißt er macht erst die minus 30% Verteidigung und dann kommt sein Schaden drauf das ist natürlich massiv ne wenn er erst mit einem Defense Down arbeitet und dann reinballert das tut weh also da wird schon massiver Schaden kommen vor allem wenn er in den ersten 6 Zügen auslöst dann kommen noch 20% dazu dann macht er 410 so das tut weh nahe Verbündete halten Weichhaut die für die nächste Mana Verringerung verhindert wird dieser Effekt kann nicht gebannt werden okay ja von mir aus die Weichhaut von mir aus das was aber tatsächlich äh interessanter bei ihm ist ist halt er ist schnell macht ersten Defense Down dann den massiven Schaden und ähm wenn du halt den Defense Down wenn du dann überlebst das kommt ja noch dazu das überleg mal diese Kombination minus 30% Verteidigung dann 390% Schaden dann denkst du dir oh geil ich habe überlebt ich kann heilen weil im nächsten Zug bin ich tot ja Pustekuchen wenn du einen Heiler hast der cleant oder zum Beispiel einen von den neuen äh nicht neuen von den alten Monatshelden mit dem neuen Passiv wo die dann auch wie Evelyn im Kostüm die danach cleant wenn sie feuert kannst du dir deine drei Helden die getroffen worden sind selber rauskegeln ne also das ist dann eine Mischung aus massiver Damage ist reingekommen und du cleanst weil du den Defense Down weg haben willst ballerst dich aber selber raus die die Kombination ist gefährlich aber dann nimmt man gegen Popit halt jemanden mit einen Heiler mit der nicht cleant dann hast du zwar den minus 30% äh Defense Down aber gut von mir aus dann ist das halt so ja müssen die Helden müssen ja sowieso erstmal das überleben den Hit nach dem Defense Down von daher wenn die das schaffen dann halt so halt hoch wenn das geht und dann dann passt das schon darfst halt nur nicht clean in dem Fall dann passt das ja ist genau das gleiche wie wenn wenn Erlang Shen feuert oder Starwalker darfst nicht clean und dann ähm kannst du das auch gut überstehen so also der ist deutlich besser finde ich als Garten aber er ist er ist gut auf jeden Fall wenn ich ihn kriegen würde würde ich ihn leveln aber es ist jetzt nicht so dass er mich so sehr catcht dass ich sagen muss das ist der nächste krasse Held den will ich unbedingt haben und dann für einem für einen Helden in diesem Geburtstagsportal zu beschwören nein 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 das heißt also wir haben hier auf der Seite 20 Top Helden die du auswählen kannst fehlt mir der Fokus ich könnte Goblin Fokus machen oder Konstrukt Fokus ja das ginge aber fühle ich im Moment nicht ich habe im Moment Stand gestern und heute null Interesse hier zu beschwören null Garten haut mich nicht um ist vielleicht ganz nett aber haut mich nicht um ein Puppet ist stark ist aber für mich nicht so ein krasser Game Changer dass ich da sagen muss okay wegen dem muss ich jetzt hier beschwören so und dann kommen wir summa summarum dazu dass ich sage nö Geburtstagsbeschwörung nö ich warte ab was als nächstes kommt Goblins kommen wieder da beschwören wir Truppen kommen da beschwören wir und dann je nachdem wie günstig Goblins waren kann man dann schon mal was denn da wenn da was cooles bei rumgekommen ist ne also Dunkelfeder Pfefferflamme zum Beispiel ähm dann kann man drüber nachdenken okay Goblins sind durch wir gehen zum nächsten Portal und das wäre dann Konstrukt also Covenant oder tatsächlich sogar vor Covenant sogar noch die Toons ja weil ich ich finde die Toons die sehen bescheuert aus aber sie sind massiv effektiv und bei mir geht es nicht darum äh dass ich jetzt ein Richard nicht spielen will weil der jetzt albern aussieht sondern ich würde Richard auf jeden Fall spielen weil der halt massiv gut ist ja gegen gegen die Skorpion Tante kann er widerstehen wir hatten diese eine Sache im äh Turnier wo ich gesagt habe so ich stelle meine beiden Toons neben ähm neben meinen Spotter neben Krampus weil wenn die Skorpion das war gegen den doppelten äh Skorpion hier gegen den koreanischen Reinhard war das doch meine ich ich bin mir jetzt nicht mehr sicher aber ich meine gegen den war das der hatte beide Skorpionen zwei Skorpion Ladies und einer hat gefeuert hat bei Krampus den Spott weggenommen und setzt er danach auf drei ähm das Gift meine Toons haben widerstanden 75% Resistenz ja und ähm das ist natürlich eine Waffe wenn du gegen Aradia spielst und die alle nicht brennen oder sowas alle widerstehen super Sache ganzen anderen Quatsch Luna widerstehen können dem Mana Cut Shacklebolt dem Mana Cut widerstehen können krasse Werte haben ja also ähm guck dir das an das ist halt äh ist halt schon sehr 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 massiv und ähm ja da sehe ich mich mehr da sehe ich mich halt einfach mehr und ähm deswegen nehmen wir hier günstige Angebote mit aber wir werden das hier soweit erstmal ignorieren tatsächlich und hier nicht beschwören das ist meine Argumentation macht vielleicht nicht für jeden Sinn aber mir geht es dadurch besser und von daher ähm lassen wir das so hier werden wir in vier Tagen auch ein neues Board kriegen ich überlege ob ich noch ein Leo hole weil ich habe nur noch einen und ich habe den ja als Thun oder ob ich einfach abwarte was als nächstes kommt weiß ich noch nicht werden wir sehen ähm jo das war's dazu zu dem Geburtstagsportal also von mir wird da nichts kommen Stand jetzt wahrscheinlich auch noch Stand morgen und übermorgen und über übermorgen und wie auch immer gut ich aber fertig sehr dank fürs zuschauen könnt mal reinschreiben falls ich irgendwas bei den beiden neuen Helden übersehen habe vergessen habe irgendwas was was die cooles haben was ich nicht rausgestellt habe lasst es mich wissen und ähm ja falls ihr beschwört viel Glück und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao w w w w w w Vielen Dank.